Kapstadt ist für mich eine der wunderbarsten Städte der Welt. Einen Schritt vor die Tür und ich bin da, wo ich von meiner Heimatstadt Köln aus stundenlang in den Urlaub hinfahren müsste. An den schönsten Stränden der Welt. Seit Südafrika zu meiner zweiten Heimat geworden ist, bin ich mit Hain konfrontiert. Viele Südafrikaner haben panische Angst vor ihnen. Die Strände sind nur voll, wenn kein Hai-Alarm ist und deshalb die grüne Flagge weht. Um das Kap der guten Hoffnung und entlang der südafrikanischen Küsten leben fast 100 Hai-Arten. Vor allem der weiße Hai mit seinen fast sechs Meter Länge verbreitet Angst und Schrecken. Zu Unrecht. Es sterben zehnmal mehr Menschen durch Blitzschlag als durch Haie. Schuld an ihrer Dämonisierung. Steven Spielbergs Film »Der weiße Hai«. Ich denke, es geht in Wirklichkeit um unsere eigenen Ängste. Die Angst vor dem Unbekannten aus der Tiefe. Komischerweise waren sie für mich nie die Monster. Trotz aller Horrorgeschichten. Im Gegenteil. Ich war vom ersten Moment an von ihrer Eleganz und ihren Fähigkeiten fasziniert. Ohne die Haie zerbricht das Gleichgewicht im Ökosystem mehr. Sie sind die Spitze der Nahrungspyramide, Schutzpolizei und Müllabfuhr. Ihr Design, so bizarres auf den Menschen wirken mag, ist perfekt an ihre Umwelt angepasst. Vom tonnenschweren Planktonfresser bis zum Boden lebenden Winzling. Haie haben alle Meere erobert und jede ökologische Nische besetzt. Ein paar Klicks im Internet und schon tauchen ganz andere Bilder auf als die von mordenden Monstern. Jedes Jahr tötet der Mensch über 100 Millionen Haie für eine geschmacklose Spezialität. Haifischflossen. In Asien gelten sie als Potenz und Wundermittel. Es ist schrecklich. Ein verkehrtes Klischee. Nicht die Haie sind die Bestien, wir sind es. Weil Haifleisch zu wenig einbringt, werden nur die wertvollen Flossen abgeschnitten. Die großen Raubhaie sind in 40 Jahren ausgerottet, schätzen Organisationen wie Greenpeace. Noch leben rund um Kapstadt viele Haie. In fast jeder der unzähligen Buchten eine andere Art. Ich will sie kennenlernen und meine Angst überwinden. Aber dafür muss ich tauchen. Das ist wie beim Führerschein. Tauchtheorie geht ruckzuck. Aber Praxis ist was anderes. Ian, mein schottischer Tauchlehrer, erwartet von mir, dass ich gleich in sechs Meter Tiefe ein paar Übungen mache. Mit fingerartigen Haftkrallen klammert sich Kelp rund um das Kap der guten Hoffnung in die Felsen. So trotzen die bis zu 30 Meter langen Algen den starken Strömungen und den Stürmen, für die diese Region berüchtigt ist. So wie die Bäume über Wasser, bieten auch Kelbwälder unzähligen Lebewesen Schutz und Nahrung. Auch der Breitnasen-Sieben-Kiemer-Hai verlässt den schützenden Kelbwald nur ungern. Genau wie der am Boden lebende Katzenhai. Das Wasser ist eisig, elf Grad. Selbst durch das Niopren kriegt die Kälte. Aber hier unten, in der Schwerelosigkeit, bei diesem Licht, vergisst man einfach alles. Was will der Ian? Ach ja, den Atemregler tauschen. Jetzt noch die Maske ausblasen? Kein Problem. Ian hatte ja schon eine Überraschung für mich angekündigt. Jetzt weiß ich, was er gemeint hat. Keine Haie, Seelöwen. Das sind echte Clowns. Richtig neugierig. An Land wirken die immer ein bisschen langsam, aber unter Wasser sind sie richtig elegant. Das nenne ich doch mal einen ersten Tauchgang. Also für mich steht fest, ich möchte Haien begegnen. Sobald ich den Tauchschein habe, geht's los. Südafrikanische Seelöwen sind sehr gesellig. Manchmal drängen sich tausende von Tieren auf vorgelagerten Inseln und Felsen. Ende des 19. Jahrhunderts war die Art durch Pelztierjäger fast ausgerottet. Inzwischen haben sich die Bestände wieder erholt. Ein Jahr werden die Jungtiere gesäugt. Doch immer wieder verlassen die Mütter den Nachwuchs und verschwinden oft tagelang für die Futtersuche im Meer, zusammen mit den entwöhnten Jungtieren vom letzten Jahr. Das ist der Grund, warum die weißen Haie vor den Kolonien auftauchen. Die Seelöwen wissen um die Gefahr. Sie ziehen in Gruppen los. Die Masse soll den Hai irritieren. Es ist ein Schauspiel, das sich rund um das Kap der guten Hoffnung täglich wiederholt. Die Küsten sind von Kelbwäldern gesäumt. Im flachen Wasser der Unterwasserwälder sind die Seelöwen sicher. Doch für ihr Futter, Fische, Krebs und Tintenfische müssen die Seelöwen ins offene Meer hinaus. Im tieferen Wasser ist der weiße Hai im Vorteil. Seine Angriffe kommen von unten. Genau dann, wenn die Robben zum Atmen an die Oberfläche kommen. Doch auch der weiße Hai ist nicht immer erfolgreich. Wenn die Robbe entkommt, hat sie auch mit großen Bisswunden eine Chance zu überleben. Wer gerade tauchen lernt, kann noch lange nicht mit Haien tauchen. Aber mitten in Kapstadt gibt es einen Ort, wo ich üben kann. Das Aquarium ist einfach super. Die Leute hier tun alles, dass der Hai wieder ein positives Image bekommt und die Menschen ihre Angst vor dem Tier verlieren. Ich habe an den Becken und in den Tunneln schon viel Zeit verbracht. Man ist den Tieren so nah, spürt ihre Eleganz und ihre Kraft. Und mein Tauchlehrer Ian organisiert in den Becken auch Haitauchgänge. Die Haie interessieren sich gar nicht für dich. Das sagst du, hm? Zuerst die Füße rein, dann weiß ich, es ist sicher und komme nach. Streck nie die Hände nach ihnen aus. Das könnten sie als ein Futterangebot missverstehen. Lass die Arme einfach am Körper. Okay, dann mache ich es so. Ich bin ganz froh um Ians Hand. Er hat gesagt, ich soll versuchen, ganz ruhig zu atmen. Haie haben sehr sensible Sinnesorgane. Sie spüren sogar meinen Herzschlag. So wissen sie, ob ihre Beute alt, krank oder geschwächt ist. Nur ein Schweißtropfen und sie können mich in jeder Ecke dieses riesigen Beckens schmecken. Was hat Ian denn da? Wow, ein Haizahn. Ob den einer bei einem Kampf verloren hat? Oder vielleicht fallen die auch einfach nur so aus. Die Sandtigerhaie sind die größten Tiere im Becken. Manche von ihnen sind drei Meter lang. Wunderschön, wie sie so majestätisch durchs Wasser gleiten. Es ist einfach beeindruckend, neben ihnen zu schwimmen. Also, sie verlieren die ganze Zeit Zähne, ja? Ja, sie werden ständig ausgetauscht. Es ist das perfekte Gebiss. Ein erstes Erinnerungsstück. Da habe ich recht am Anfang schon einen Heilzahn gefunden. Nehme ich mit? Darf ich auch? Habe ich schon gefragt.